Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euer fertiges Projekt richtig exportiert. Ich habe hier einmal eine kleine Beispielszene und die möchten wir jetzt gerne exportieren. Dazu klicken wir hier oben links auf dieses Kamerasymbol, dann öffnet sich dieses Fenster, dieses Menü und hier können wir eigentlich alle wichtigen Einstellungen für das Radon vor dem. Wir klicke erst einmal hier unten auf den Ordner und legen dafür den Speicherort fest und benennen auch die Datei. Ich nenne dies einmal Test und wähle nun noch den Speicherort aus. Dann drücken wir hier oben auf Accept und dann sehen wir hier auch noch einmal den Link zum Speicherort. Nun können wir hier unten die Datei Format Auswahl auswählen. Hier einmal Movie und Image Datei und wir möchten das jetzt einmal als Film speichern. Und dazu wählen wir hier etwas aus bei Movie. Ich würde MPEG empfehlen oder H.264. Ich nehme jetzt einmal dieses. Und jetzt können wir hier oben noch die Render-Presets einstellen und hier würde ich empfehlen HDTV 1080p. Ihr könnt das für YouTube natürlich auch 720p nehmen, aber HDTV 1080p ist eine sehr hohe Auflösung. Ja, hier könnt ihr doch die Frame Rate einstellen. Wenn ihr das hier oben aber eingestellt habt, würde ich das auf den Standard werten lassen. In meinem Fall jetzt hier 24 FPS. Ja, und wenn wir alle Einstellungen nun vorgenommen haben, klicken wir einfach hier oben noch auf Animation. Nun wird unser Film gerendert. Wir sehen hier auch immer eine Vorschau. Und das dauert jetzt ein wenig. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.